Ich bin Bischof Josef Wert in Nowosibirsk. Wir haben in diesen vergangenen mehr als 25 Jahren schon eine ganze Reihe von Kirchen bauen können, dank eurer Hilfe. Viele Priester konnten kommen aus dem Ausland, um das Evangelium zu predigen und besuchen auch heute mit eurer Unterstützung viele Ortschaften und suchen die katholischen Menschen auf, um die Sakramenten zu spenden und das Evangelium zu verkündigen. Herzlichen Dank für eure Unterstützung und ich wünsche euch allen Gottes Segen und Gottes reiche Hilfe.